Das ist ja gar nicht gut. Oh Gott, nein, ich erinnere mich an diese Stelle. Oh nein. What the fuck, wieso liegt hier nur Kleidung? Wo ist der... Ah, da ist eine Blume. Aber wo ist der Rest von dem? Ich glaube... Ich glaube ernsthaft... Oh, fahre wir ins Kasten. Ich glaube ernsthaft, dass wenn ich jetzt diese Pflanze hier nehme, dass sie übelst abgehen wird. Oh, da leuchtet was. Alter, ich bin sowieso ein Rabe, der von leuchtenden Dingen angelockt wird. Das ist unglaublich. So, einsammeln. Dann kommt mal her, Schätzchens. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich habe schon was gehört. Hallo? Hier singt doch jemand. Hä? Leute? Will mich keiner aufhalten? Oder muss ich jetzt erstmal die dritte Pflanze finden, bevor er hat? Okay. Okay. Ähm. Hallo? Oh Gott. Mal, mach die Tube los zu, Alter. Oh Gott. Was? Was? Alter. Was ist das jetzt? Waren die nicht zu zweit? Hä? Da ist der andere, glaube ich. Oh ne, du bist du gar nicht. Okay, ich kann seinen Kopf zwar nicht sehen, ach, jetzt kann ich ihn sehen. Ha, schau. Ich gehe zimmer. Ja, da hängt er. Diese armen Teufel. Was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Äh, nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Ja. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Weil ich Eleanor zurück will. Oh, Daddy. Hallo. Oh Gott. Oh Gott, bitte triff nicht den Daddy. Komm, ich kriege dir einen Anstoß. Da hat er sich übelst an die Wand gezimmert, Alter. So, Daddy. Willst du jetzt mal eine Tracht Prübel von mir? Ja. Adam, aber meins. Alles meins. So, komm, zieh dich hin. Und laden. Oh, ich bin jetzt... Achso, das ist mein Bot. Mein Bot legt ihn ab, sauber. So gehört sich das. Irgendwie werde ich von hinten angeschossen. Der hat mich angeschossen. Nun wein doch nicht. Ich bin doch gleich da. So, erstmal deinen Daddy ausrauben hier. Ja, ist doch alles gut. Ich bin dein neuer Daddy. Guck mal. Komm mit mir, Kleine, ja? Jetzt suchen wir dir erstmal eine schöne Leiche. Gut, lange suchen muss ich mich. Die liegt hier gleich da vorne. Ähm. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Deswegen konnte... Ah, deswegen konnte ich nicht sehen. Ah. Ich hab gerade überlegt, wieso konnte ich denn die Little Sister hier nicht sehen. Auf der Karte. Aber anscheinend wird das so gemacht, dass sie halt hier immer zufällig auftaucht. Naja, okay, gut. Ähm. Ich werde jetzt erstmal, ähm, meine Fallen aufstellen. Minigeschütz da. Gott, denkbar schlechteste Stelle aller Zeiten. Naja, egal. Da einen hin und... Ja, komm, wirf mir da noch einen an die Wand. Huh. Was? Okay. Schön gegen die Wand gezimmert, Alter. Oh, da steh ich drauf. Oh, ja. Richtig hart. So, ich versteck mich derweilen hier. Mit, ähm... Ja, komm. Nee, wie machen wir das? Hübscher Engel. Hübsche Haare. Wer, wer bist du denn, ey? Hübscher Haare. Sie hat ja voll den Fetisch. Alter. Fieht nur noch, dass ihr irgendwie an den Füßen deckt. Oh. Äh, hat gut funktioniert. Muss mir mein Speer wieder nachladen. Mädels. Ich hör euch. Aber ich seh euch nicht. Hallo? Ich seh dich nicht mal. Wie soll ich Hand an dich legen? Wo? Ja, Houdini-Splicer. Hallo. Ich zimmern wir erst mal schön gegen... Was? Ich zimmern wir erst mal gegen die Wand, hab ich gesagt. Geht doch. Na, da hängt er an der Wand und chillt. Wo ist der Rest? Ist mein kleiner Krieg, Seidide. Alter, jetzt suche ich die. Nee, nee, nee. Habe ich keinen Bock drauf. Wo sind die denn? Willst du mich verarschen, oder was? Alter, die sind überhaupt gar nicht mehr geschockt. Aber wir fallen trotzdem um, wenn sie mich angucken. Alter, du läufst dir doch die ganze Zeit weg. Was ist denn schön da gegen Balken geflogen? So. Ich höre euch, ich seh euch aber nicht. Gut, du schießt was. Ach komm, ihr hättet ihn heilen lassen sollen. Ihr seid Spielfeld, er war scheiß Geschütze. Achso, die ist ja tot. Die sieht so aus, als würde sie da stehen und lebendig sein. Was? Wo? Ah, noch ein kleiner Daddy. Na komm, Geschütze. Mach den Rest. Achso, meine Geschütze sind tot. Ja, äh, was? Leck? Auf der Xbox? Wollte ich mich verarschen? Ja, ja, ich sammle hier noch ein bisschen was ein. Wo ist eigentlich die Quatsch, Tante, hier? Ich höre die ganze Zeit im Hintergrund. Wahrscheinlich steckt sie irgendwo im Gebäude fest. Achso, zwei habe ich schon. Ich glaube, die ist da irgendwo mit dem Typen und vögelt da rum. Ich glaube, die steht auf Dirty Talk. Dann kann ich das irgendwie sonst nicht verstehen. Oh Gott, ich habe ja kaum ein Leben verloren. Naja. Sehr realistisch. Hängt sie erstmal in der Luft ab. So, ach ja, ich muss ja meine Kleine aufsammeln. Ich hatte dich fast vergessen, es tut mir leid, Kleiner. Aber ich bin da auf die nochmal zurückgekommen. Guck, alles gut, ne? Ja, Daddy ist zu Hause. Yeah. So, ich kann überhaupt nichts mehr tragen. Vermutlich habe ich sowieso, wenn ich das nächste Mal Geld aufsammle, zu viel. Ich habe zu viel von allem, ey. Und wo ist diese Troller, die redet? Alter, regt die mich auf? Willst du mich verarschen? Die ist hier irgendwo. Hier hinter? Alter Troller, das kann doch nicht sein. Der Ton kommt eindeutig von hier. Ist das wieder so eine Unsichtbare vielleicht? Troller, bist du hier hinten irgendwo? Warte, hier, warte. War hier gerade irgendwas? Da war doch gerade irgendwas. Kannst du mir nicht erzählen. Wir haben hier unten Regeln. Was ist denn für Regeln? Sich zu verstecken oder was? Und rumzuschreien, dass andere genervt sind? Oder wie? Ist mir jetzt doch scheißegal. Soll sie halt da an der Wand krepieren und eh nun sich verrecken. Es ist so gut für dich, so neu für dich, zu sehen, dass jemand... Der Nächste, der fliegt... Jetzt könnt ihr zu dritt abhängen. Schlechter Wort, witzig, weiß. Aber da war mir mal gerade danach. So. Oh, 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 oh. Oh, das ist ein Rocket Launcher. Dafür benutze ich mal lieber, äh, mein Hack-Pfeil. Ja, hack mich. Wie versuchst du das zu treffen? Ich bin hier hinter der Mauer, Alter. So. Und alles für eine Kiste mit, äh, Speer-Auf-Verwandskasten. Super. Kann ich ja gleich benutzen, weil ich gerade beim Hacken ja so viel verloren habe. Adam, Daddy, hier! Ich hab noch nie Adam von dem Big Daddy geholt. Wir verpassen, ob sie die Engel tanzen. Nein. Oh, ich hab grad gesehen, ich hab 681 Dollar. Das ist zu viel. Ich kann's aber nicht ausgeben, weil ich... Ja. Ich hab hier alles. Ich brauch hier nichts mehr ausgeben. So. Da packen wir was hin. Da packen wir was hin. Dann nehmen wir hier mal die Chiller auseinander. Oh, wo ist die dritte im Bunde? Oh, das war ein R. Mein. Pfeil. So. Ich will ein Big Daddy rumschreien. Aber ich muss erstmal meine Liste absetzen. Ja, Adam sammeln. Komm, schnell. Ich hab schon wieder die Geschütze hingestellt und vergessen, dass ich doch sammeln wollte. Das gefällt mir nicht. Oh, dann in den Taschen, Taschen, Taschen. Was ist das? Wo kommst du denn her, Alter? Da hinten ist eine Sackgasse, Mann. Ja, gut, okay. Ich stelle mich mal hier hin. Nee, das läuft sich nicht. Hey. Alter, ich bin dein Freund. Ich hoffe, ich hab zu schießen, Mann. Ich stelle mich jetzt mal auf die andere Seite. Das ist mir zu doof hier. Killt mich ja noch. Oh. Der Houdini-Splicer brennt. Welche Ironie. Ähm. Ich stelle mich mal nicht in den Weg meiner Rakete. Das heißt, das glaube ich. Was hat das, das zu bedeuten? Okay. Das ist aber nicht nett. So, warte, ich mach ein Foto von dir. Houdini. Das hat für ein Fotoshooting. Komm. Wo bist du? Du bist eine Olle, Alter. Wo hast du gelebt denn noch? Verdammt. Ey, ich hab's verpasst. Nein. Aber das gibt's doch nicht. Da hat sie noch gelebt. Und ich hab's nicht gecheckt. Nein, ich fahr dich, kleiner Engel. Nicht weinen. Wer weint denn hier? Ich hol dir erstmal mein Speer zurückgekommen. Dann scheint ja eh nichts. Ist ja echt mal langweilig hier. Das einzige, was ich hier mache, ist halt meinem Geschütz zugucken, wie alles kaputt gemacht wird. So, bist du jetzt fertig? Hm. Sieht lecker aus. Gut, heben wir dich mal erstmal auf. So. Wo ist denn die nächste Little Sister Station? Ah, hier oben. Und wenn wir als eine neue Little Sister, Little Sister, schwer auszusprechen, Little Sister finden, können wir sie gleich halt wieder reintun. Aber zuerst, meine Kleine, kommst du dahin, wo alle Little Sister hingehen. Oh doch, in den Kindergarten. Ja. Und es wird grausam sein. Und so lange nehme ich dir ein Spielzeug ab. Danke. So. Ähm. Wir haben schon wieder fast 500 Enem. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich für den ganzen Zeug kaufen soll. Aber ich... Ich meine, ich hab's, ne? Es ist genau so, ich hab 690 Dollar und ich geb's nicht aus, weil ich hab's halt. Da, siehst du, Kontaktmine. Und da kommst du drauf, währenddessen ich eine Kontaktmine aufsammel, ja? Okay. Ähm... Ja, komm, Fallen liegen, können wir brauchen. Ich weiß nicht, wohin mit meinem Geld. Komm, Schrot, äh... Ja, komm, kaufen wir auch ein bisschen mehr Schrot als sonst. Komm, Speere und... Ja, hier kaufen wir den ganzen Laden, der, Alter. Da, mini Geschütze. Komm, nicht viel gebrochen. Ausverkauft, ja. Oh, wow. Klasse, Alter. Da kommt die ganze Position raus, die ich nicht mehr gebrauchen kann. Oh, Mann. Was haben wir denn hier? Ach so, nichts. Ja, wie schön, dass hier im Verbandskasten liegt und ich hab ihn überhaupt nicht benötigt, weil hier gar nichts los war. Oh, da geht's anscheinend ab. Hallo, Lucy. Ja, ha, Schöne, die Bank geht zur Wand. So, was geht hier drin ab? Oh, da will ich rein. Ah, ich merk schon. Wie komm ich da aber hin? Von irgendeiner Seite muss ich da einen Heckfall reinwerfen. Nur ich weiß noch nicht, von welcher Seite und wie soll ich hier im Mann? Ich hab doch grad eine Frau erschossen. Ach so! Die ist ja voll im Tarnmodus, Alter. Gib mir mal ein Sperrbie.